Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich blende euch hier ein Wort ein und ihr müsst den letzten Buchstaben davon erraten und schreibt ihn in die Kommentare. Mit dabei heute ist Kalle und Mirkan, Freunde, und wir spielen Hangman, ja, ihr kennt das Ganze. Nur diesmal ist die Map gebaut von Buri und wir haben Wörter, die extrem lang sind, Freunde, wie ihr hier sehen könnt. Like und Abo und ich würde sagen, wir gehen rein, let's go. Okay, Friends, wir legen los. Ich würde sagen, Mirkan, du machst den ersten Schritt. Okay. Tu's. Bist du mal B. Falsch, Digga. Ja, aber B, in welchem Wort gibt es das schon? Ich sag dir so, wie es ist. Ich mach Q, weißt du warum? Gibt es nicht. Das ist wilde Logik. Einfach die Falschen extra nehmen, Kalle. Mach mit. Machen wir schon drei Leben? Bitte? Wir haben nur drei Leben? Ja, ich dachte. Ab jetzt. Wir haben nur noch zwei Möckern. Die Regel hab ich vergessen, bei Hangman machen wir immer, dass wir drei Leben haben. Digga, ich nehm V, weil vertikal. Hä? Es ist wirklich drinne. Nein, das Pfeil nach unten, das war falsch. Spaß. Okay. Mach weiter. Jetzt mach ich nur A. Ich nehm A. Ich nehm E. Wasser Melone mit V. O. Drei A. Jetzt noch G. Schade, leider nicht nur zwei. Falsch. D ist falsch. Ich nehm E. Ja, O.H. Auiuiui. Weil oben wird Madagaskar. Junge, dieses Horizontal-Wörter verwirrt mich ja unnormal. Ich werde wahrscheinlich nicht mal, wenn ein Buchstabe fehlt, raten, was das ist. Vor allem, weil die Punkte halt einfach über den Buchstaben sind, sagt er, einfach kaputt. T, alter. T. T. A, I, A, T, I, A, T, I, E. Okay. Okay, dann nimm wir R. Alter. Tver. Tver. Rat. Tat, tat, tat. Rat, R, at, twerk. Twork. Also Ratten sind, am Baum hast du das, ich hab grad mies gelesen. Ratten sind am twerken, wir haben das Wort. Okay, warte, ich bin dran. Hier, ich drück. K. Alter, K. 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 Oh, ich weiß noch ein Buchstaben. Ich auch. Kraft. F. Ja. Wo ist das? Da. Da, Kraft, Fahr, ooooh. Oh, warte, ich löse das Wort jetzt. Bootsbach. Kraft. Fahr. Kraft. Da kommt ein T hin. Macht sonst keinen Sinn. T hat mir schon. Ah, das hab ich ja selber gemacht, oder? Hä? Nee, machst du das? Nee, aber ich weiß nicht. Aber bist du raus dann, glaube ich, dass du das Thema gemacht hast? F. Ja, das ist ja nicht immer. Was, F. Warte mal, aber lass mich überlegen. Was könnte da hinkommen? F. Ernst? Ja? F. 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 Ich hab verkackt. Kraft, F. F. Ja, doch, ich bin da. Haftbefehl? Ja, du. Hä? Was soll das für ein Wort sein, Junge? Hafti, Abi, wenn der Lambo sitzt. Jungs, es ist auf jeden Fall Kraftfahrzeug. Oha. Schu. Kraftfahrzeug, Haftbefehl. Haft. Hafti, Abi, wenn er im Lambo sitzt. Auch wie er war die Manni, Bitch. Digga, Buri, Buris Ausländer, wie lange hat er gebrochen, dieses Wort da unten zu schreiben? Ich weiß nicht, Digga. Haft? Aber wahrscheinlich hat er nicht so lange gebraucht wie wir. Wirklich? Der, man kann, man sieht wie verwirrt er ist, er macht halt sein Zoo, so links, rechts, Digga, weil sein Gehirn muss arbeiten. Was ist das, Digga? Wie so eine Schreibmaschine. T. Oha, Schirrug. Ver- Schirrug. Okay. N. Oh, Schirrung. Haft. Hey, das N ist doch falsch rum, oder bin ich doof? Kraftfahrzeug. Digga, ist das N richtig rum? Nein. Nein, das ist falsch. Kraftfahrzeug. Haft. Ich weiß das. Ich weiß das Wort. Haftfly. Ja. Schießt so fly. Haft. Schirrung. Haft. Flucht. Kraftfahrzeug. Haft. I know it. Yes. I know it. Und ich bin vorher dran. Geh mal bitte, Tipp, Digga. Ich hab halt ganzes Wort für euch aufgelegt. Mach. I. Oh, die Möcker hat mir nicht vertraut, weil er weiß, ich laber einmal scheiße. Pflichtversicherung. Haft. Ein Buchstabe noch. Pflicht. Richtig. Kraftfahrzeug. Haftpflichtversicherung. Denk an mich, wenn du Waffen verteilst. Normal, André. Ja. Die nehme ich. Ja, Digga, der Tipp gesagt. Kallus, der hättest niemals gesagt. Ich wollte Tipps sagen, aber André schon jetzt. Lüge. Ja, du bist so ein Lügner. Hä? Welche von denen maximale... Logischerweise die Linke, oder? Ja. Okay. Nimm sie. Ehre. Ich wollte gerade sagen, dann... Das ist die Style-Wand-Farm. Hä, nein, das ist diese One... Die ist übelgeil. Die macht 69 auf Kopf und nicht ohne Dings. Die macht 69 ohne Waffe. Äh, ich mit. Okay. Äh, was ist das denn auf einmal? Rave-Party. Ist so. Äh. Die Gesmini-Game. Meint der eigentlich, Schnee-Gesmini-Game? Jungs, berechtigtes Mini-Game. Ja, aber wer macht... Machen wir das zuerst oder machen wir das jetzt oder danach? Sagst du. Sagst du. Aber mach du. Ich würde sagen, wir machen jetzt, oder? Aber was bekommen wir denn dafür? Ich gehe... Warte mal ein bisschen Granate. Granate? Und dann gehe ich Team 3. Und dann gehe ich Team 2. Ich gehe Team 1. Und dann geht's los. Hallöne down. MBK hat durchgedribbelt. Oh no, du hast noch mehr durchgedribbelt. Digga. Du denkst auch. Digga, du denkst auch, dass du... Ich habe mich selbst gekillt. Alles gut. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich bin tot. Ach, wenn man nur in diese Lücken reinfleckt. Ja, man muss nicht rein rein, sondern nur daneben so. Okay, dann darf ich hier auch... Ich darf hier auch aus. Ich darf hier auch aus. Du darfst jetzt aussuchen. Das ist meine. Und als Bonus darfst du gleich anfangen sogar. Boah. Weyo, weyo. Doppelter Win. Kalle bekommt die lila, ne? Und andere bekommt die. Ehrenmann. Ehrenmann. Mein ist besser. Mein ist besser. Guck mal, die Feuerratte. Ja, guck mal, meine Feuerratte. Guck mal, meine Feuerratte. Guck mal, meine Feuerratte. Jungs. Guck mal. Okay. Ich fang an und es ist ein C. Safe. Deswegen Center, Klaus. Okay, Kalle, wach. Center. Center-Chock. Es ist ein I wie für Indigo. Es ist echt ein I. Ja, oh, ach was, Digga. Fast jedes Wort hat I irgendwie drin. Okay, okay, okay. Kuh wie Qualle. Ja, okay, 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 okay. Kuh wie Kalle? Oha. Hallo, wieso Kuh wie Kalle? Qualle. Qualle. Ich mach jetzt E, weil E ist cool. Oha, I, Ui, Klu. I, 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 U. Oha, was soll das sein? Warte, warte. G. Wow. Okay. Figaro, Figaro. Was soll das sein? Was kommt vor einem G, hinter einem U? Ein M. Eiernung. Die M. Die M. Alter, mein... Eiernung. Bedienung. Ah, Digga, alleine geregelt, ohne euch alle. GG, ich bin der coolste. Bedienung? Selfie, kennst du nicht? Fair Bedienung? Nee. Im Restaurant die Bedienung? Ja. Kennst du nicht die Bedienung? Ne, fällt mir auch nicht ein. Okay, was nehm ich? Also ich muss sagen, ich bin großer Fan von der Schallgedämpften. Ich bin großer Fan von... ...der Schallgedämpften. Okay. Das heißt, weil Mirkan so nett zu mir war, kriegt er die Goldene und Kalle die Blu. Ich glaube, da sind wir alle mit zufrieden, oder? Ja, bestimmt. Oder auch nicht. Kalle, tu es, sag es. Kater. Kater. Warte. Ja? Ich kann nicht mehr weiter. Muss man draufdrücken? Ja. Ah, okay. Das heißt, ich bin jetzt dran, weil ich das drunter ausgesetzt hab, oder? Ja, würden wir sagen, ja. Geil. Weil sonst kannst du ja gar nicht dran sein. Ich sag P für Popi. Nein, das ist... Stimmt, Popi. Das Wort kennt jeder. Ja. Okay, Mirkan, tu es. Ein F wie frei. Okay. Ein E wie ernst. Oho. Ein O wie Oxy. Stimmt. Die gelbe Wörter auf gelbem Hintergrund, Digga. Das ist richtig Buri-Style. Okay, dann nehm ich noch... Ne, ne, ne. Ich wollte grad sagen, dass der Golf wird, aber ich mach trotzdem mal aufs Prinzip, das F ist eh schon weg. Hä? J. Warum nicht da? Ja. Ich würde aufs Prinzip Gold machen. Wie Minecraft. Äh, Gold. G. Junge, mir ist das Wort nicht eingefallen. G. G. Ich mach A, ist falsch. Ey. Ich hab die nicht... Kalle, du bist dran. Kalle, du bist... Wolltest du auch treu der Schweiß gegen den Baum, Digga. Ich mach U wie Unterhose. Oha. Mach B wie Buri. Mach. Glaub mir, lohnt sich. Oh. Oh, Boogies. Alter, Bank. Junge, wieso macht man das Geld, Buri? Sei mal ehrlich, Digga. Ich nehm ein N. Guck mal, man kann das nicht mal kennen, Junge. Ich kenn das Wort. Argon Bar. Bargon. Lagon. Bar. Lack. Schuh. Wagon. Wer ist nach Milkan dran? Ich, ne? Argon? Weiß ich gar nicht. Ja, ja, du warst erster, er war zweiter. Hä? Dragon. Dragon. Rack. Dragon. Klopp. Dragon Bass. Ich geb dir einen Tipp, wenn du mir guten Loot versprichst. Glaub mir, Dragon Bass. Das ist ne Serie, Bro. Dragon. Jungs, bist du lost? Ich muss dir auch gar nicht sagen, Digga. Eigentlich hast du gar nicht verdient, weiterzumachen. Dragon Ball? Aua, Dragon Ball. Ich hab auch Brain-Arkack gesagt, Dragon Ball. Könnte ich nicht Braxton Ball. Kalle bekommt goldene Sniper-Gewehr. Oh. Goldene Sniper? Also Jagdgewehr? Jagdgewehr. Ja, was ist sonst Gold, Junge? Ich weiß es doch nicht. André bekommt Scharfschützengewehr, diese? Nein. Hä? Hä? Die Gute. Die Gute. Scharfschützengewehr, diese? Ja. Boah. Er gehört halt wirklich Ehre, Mann. Wir gehen nächstes Level rein. Minigame. Minigame, 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 Minigame. Ey, wenn Buri dabei ist, ist es mal irgendwas zu Dragon Ball. Schon mal aufgefallen? Ist so. Oh. Wieder Minigame? Okay. Dann müssen wir unsere Waffen, glaube ich, draußen lassen. Müssen wir? Er hat da irgendwas gedrückt, Digger. Ich wollte Zeit noch Freestyle-Wertzungen, tut mir leid. Okay. Ey, Waffen wegpacken? Weiß nicht, lieber, oder? Vorsicht einfach. Auto-Weitsprung. Hä? Wie wild. Ja, und woher sollen wir wissen, wer was kriegt? Okay. Scoreboard wahrscheinlich. Ich glaube, man darf aussuchen einfach. Ach so. Dann tut es mir leid. Komm zurück. Komm drauf, André. Wir machen sowieso alle Motorrad, oder? Äh. Ja, safe. Oha. Oha. Okay. Die haben durchgedribbelt. Man wird direkt weggeportet, Junge. Das ist eine Rampe. Warte mal, hier sind keine Autos mehr. Ich komme zurück mit Moppet. Ich komme mit Auto. Wo ist der Rest? Aber warte mal, ich bin auf der anderen Seite. Kann das sein? Ja, möglich. Zurück. Junge. Oha, Mökan, durchgespielt. Bin ich weitergekommen? Junge, ey, kommt einfach zurück, Digga. Das war richtig lost. Was hast du denn gemacht, Junge? Willst du zurückkommen? Ja, ich war auf der anderen Seite. Ich müsste jetzt wieder zu euch kommen. Warte. Hallo, wo bin ich? Du, Yusini, wo meinst du? Ja, jetzt ist du noch LKW hier. Was hat das für einen Sinn? Ey, gar keinen. Jetzt muss ich mit dem Ding auch noch fahren, Junge. Bin ich weitergekommen als du, Kalle? Sei ehrlich. Nee, nee, ich war Gold hinten mit Moppet. Ey, Kalle war unnormal weit. Ja, aber ganz kurz. Mich würde mal interessieren, wo ist die Logik? Hat keine. Da machen wir Dings. Ein lustiger Auto. Jeder darf benutzen. Hat keinen Sinn gemacht, meine Aussage. Aber jeder, der auf die Farbe kommt, jeder, der jeden, mag jeder. Macht trotzdem keinen Sinn, weil mit Motorrad kommst du weiter als mit dem LKW. Ist doch klar. Öh, Andre, guck mal. Oha, geil. Was da liegt? Willst du tauschen, Andre? Dach nur dem gegen Dings, Ex-Kaliber. Ja, versuchst du die Wachen, bis du wiederkommst. Ja, oder so. Oha. Oha. Danke, Waffe. Wild, wild, wild. Warte, was habe ich dafür weggedroppt? Ich weiß es nicht mehr. Hä, was ist das denn, ihr Jungs? Nein, ihr könnt euch aussuchen, welche ihr wollt. Ihr könnt machen und nehmen, was ihr wollt. Dass da neu kommt. Oh. Oh, da hätte ich das auch so machen können. Cringe. Okay. Habt ihr alle eure Lieblingswaffe? Ja. Yes. Okay, nice. Dann machen wir weiter. Irgendwer hat einen falschen Knopf. Welcher war das? Ich war das. Z. Oh mein Gott. Ich mach Y. Y ist sogar drin, Junge. X. Oh, schade. Ich dachte, ich hab Streak. W. Ist auch falsch. Okay, ich mach weiter. Guck mal, es ist J. Hinter ein J. Ist ein A davor. Oha. Also eigentlich ist ein Y. Guck mal, und. Okay, A. Du hast was gedrückt, aber da kam nichts. Das war das U. Hallo? Buri, stell dich mal wohin, wo das U ist, bitte. Buri, ist ja ein U drin? Wenn ja, bitte geht das U. Das weiß ich selber nicht, Junge. Ist das eins? Achso, das war falsch. Ja, aber das kannst du nicht wissen. Mach weiter. Weil für dich war ja richtig. Dann nehme ich ein U. Okay. Ich glaube, das war falsch. Wer ist jetzt dran, du oder ich? Mach du einfach. Okay, dann sag ich einfach mal H wie Hübschling. Odomann ist dann dran. Dann warte. I. Dann auch noch ein C. Weil ich, weißt du? Ja, ja, safe. Ich hab. Nee, H hat ja keinen Sinn. Aber H ist ja schon offen. Es ist echt ein Satz. Ja. Ich. Ich. Mag. 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 Guck mal, wie ich ihn bete. Mag hat mit drei Buchstaben geschrieben. Ich. Warte, ich bin. Ich. Lack. Lack. Lackschuh. Guck. Oder hast du nicht. Hä? Ich. Ich hab L gedrückt. Ich. Ich. Sage. Oha. Ich. Liebe dich. Ich. 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 Oh. Gott. Oh. Gott. Ich. Ich. Junge, ich. Hab komplett Solo gemacht. Mit Liebe, egal welche Waffe. Ich. Nehm gar keine davon. Boah. Doch. Ich. Bin. Master. In Bogenschießen. Aber. Welcher? Ich. Glaube. Nehm. Den. Normalen. Boombow. Wo der. Mechanik. Boombow. Eigentlich. Genauso. Gut. Es. Nur. Macht. Er. Noch. Extra Explosionen. Ich. Dann gehen wir in den nächsten Level, Ryan. Let's go! Okay, let's go! Okay, let's go! Okay, let's go! Carlefang Dams, Minigame? Okay, Minigame. Ja, lieber nicht, Digga. Ich sag dir so, wie es ist. Ah, okay. Ich sag Elefant, ist richtig. Ich sag Opa, ist richtig. Lelefant. Das war jetzt beiseinander richtig? Ich mach jetzt was ganz Wildes, okay? So wie Popi. Ja. Ted wie Zebra. Oh, falsch gekackt, ehrlich gesagt. Ich sag dir, safe ist ein D drinne. Jungs, retalk. Guck mal, ich sag das wär Fortnite. 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 Ja, dann. Würde fast passen. Ich sag P wie Hopi. Hopi? Oder Mann, wollte ich grad sagen? Wer kann? Banks. Oh, H. Oh, H. B. M zu der B. M, O. M, O. M, O. M, N. Spaß. Ich sag euch so. H. Hä? Ich sag euch ehrlich. T. Oha. Oh mein Gott. Ich weiß es. Ja, ich weiß es auch. Es ist Twitch. Ach, schade. Okay, hier sind mysteriöse Fernbedienungen. Ja. Das ist Upgrade wahrscheinlich. Ich nehm mir die goldene, weil die wahrscheinlich einfach Troll ist. André darf... Ja komm, ihr dürft aussuchen, wer was nehmen will. Ich mein, das ist eh Zufall, denk ich mal. Okay, Mirkan, wir suchen jetzt zusammen aus, wer was nehmen will. Okay. Welche würdest du nehmen? Sei ehrlich. Bro, ich glaub mir wäre jetzt egal. Ich glaub, es ist ein Troll. Also so, oder? Ich glaub nicht. Ich glaub, das ist so ein Upgrade. Ein Fight. Also noch nicht benutzen. Mirkan ist safe schon gedrückt. Okay, nein hab ich nicht. So, ich geh Team 3. Ich geh Team... Das ist das schlechteste Auswahlsystem, was ich je gesehen habe. Irgendwann Fatfinger hat es safe. Äh, 2. Ich geh mal da hin. Ich geh allein. Okay, ich drück meine Tastatur. Hat nichts gebracht. Dankeschön. Krass. Siehst du diesen Boot? Wie viel Leben habt ihr? 125. Ja, okay, da hat nichts gebracht. Seid ihr auf der Map? Ja. Okay, let's go. Ich dachte, ich komm jetzt in den Mörderraum oder so. Find ich aber nicht. Digga, Pokerhound, was André will Beef haben. Ja. Wow. Hast du auch der mitbekommen? Bin ich schlecht? Bin ich schlecht? Pocahound, da ist. Und Abby Shway. Beide down. André verzieht sich. Ciao. Er kommt kurz, holt sich den Kinn und geht wieder. Ja, ja. Okay. Digga, DeWalt hat mich verändert, Jungs. Ich bin nicht mehr so wie früher. Er hat mich direkt getroffen. Hallo? Digga, André? Ja, FNCS oder wie man das nennt. Ja, richtig. Ja, ne? LFC, ne? War so Zungenbrecher, aber ich hab geschafft. FNCS? Ja. Ja. Herr Kalle muckt nicht. Sag dir so wie es ist. Warum kommst du von hinten? André ist noch full live. Real talk, ich weiß es auch nicht. Das ist so doof. Ein Leben, du ein Leben, André noch full. So, was macht André? Oh, jetzt ist er selbst gekillt. Okay, okay. Ich bin wild geworden. Wirklich, wir beide haben noch ein Leben, André hat noch zwei. Ja, tu, 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 tu. Ich weiß, ich weiß. Ich wollte es nur noch mal angemerkt haben. Du, 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 du. André ist einfach weg. M-m. Ja, doch. Ich glaube, Fernsehung bei ihm auch. Man nennt mich Popi. Opie, Popi. Jetzt war André den Kalle oder wie? Opie. André, ja, Popi. André, ja, Popi. André, ja, Popi. Digga, Bro, Bro. Und Kalle, du bist wirklich so ein Fahrrad, Digga. Ich treff halt nichts. Ich bin raus. Wir machen gleich noch ein B, das Leben. Aber erstmal. Nö, richtig gar nicht. Schluss. Willst du Excalibur Battle? Willst du nicht. Willst du echt, wenn ich ernst mache? Excalibur bin ich Bies, wenn ich ernst mache. Frank. Ja. Richtiges Biest. Hast du mal gemerkt, wie viel Meter ich gelaufen bin und du? Ich werde nicht so sportlich. Naja. Ich habe aber noch ein Leben. Ich nicht mehr. Also noch eins. Okay, André, jetzt. Du bist ein Camper. Einfach von deinem Leben aus her. Von deiner Natur. Du bist wie bei Pokémon, bist du nicht Gras-Typ, sondern Camper-Typ, Junge. Hä, wieso treffe ich ihn nicht? Seit wann spielst du wieder diesen Ugly-Skin eigentlich? Digga, es war uns tatsächlich auch gesehen, weil ich privat gespielt habe. Okay, lass Benes Leben machen. Okay. Möcker, bist du ready? Du kannst doch gewinnen. Ich bin ready, aber ich bin, Jungs, ich bin weit weg. Äh? Okay. Dann gehst du uns in 3, 2, 1, go. Okay, André, komm. Ich wunsch. Exkaliere, bitte. Okay, da kam ich Bogen geflogen. Anti-Camper-Waffe. Wege André, du hastest du dein Ding, ne? Ich hab halt keine AP mitgenommen, Mann. Du bist tot. Äh? Oh. Stylper-Pump. Da wär ich fast da umgegangen. So ist es. Nein! Oho! Ich wollte ein 1,87 geben. Okay, Benes Leben hat Möcker gewonnen. Freude, wenn ich das Ganze gefeiert. Lass ein Like und Abo da. Und ich würd sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao!